Wir sind alarmiert worden mit der Kommandantenschleife, weil besorgte Anwohner, die letztes Jahr geschädigt worden sind, mit dem großen Hochwasser Angst gingen, dass das Wasser schon wieder über die Felder kommt. Das haben wir angeschaut und war ein ganz kleiner See, also kein Vergleich zu letztem Jahr. Aber in der Zeit, wo wir nur kurz den Bereich angeschaut haben, wo die Anwohner gemeldet haben, ist der Bach schon relativ stark gestiegen. Und das war dann schon ein Bereich, wo unsere ersten Maßnahmen von der Feuerwehr laufen, damit wir die Anwohner informieren, dass hier Hochwasser droht, unser eigenes Gebäude jetzt abgesichert und uns darauf vorbereitet, wenn es weiter regnen sollte, dass wir dann dementsprechend schnell eingreifen können. Kurz vor 1,30 Meter sind wir jetzt, 1,28 Meter, 1,30 Meter. Die kritische Stelle kommt bei 1,45 Meter. Dann fängt er an, die Brücke anzuschlagen und dann ist die Leistungsfähigkeit der Brücke erreicht und dann kommt das Wasser irgendwann raus. Sobald das Wasser an der Brücke ansteigt, wird die Hauptstraße gesperrt. Und für uns heißt es jetzt einfach, darauf vorbereiten, auf das Hochwasser, wo kommen kann. Wir machen hier bei uns alles bereit. Wir sind bei den Leuten schon draußen gewesen, helfen denen mit Verbarrikadieren, erklären nochmal, wie es funktioniert mit Folie und Sandsack. Die waren auch schon da, haben Sandsäcke geholt. Wir haben ja letztes Jahr mit der Sandsack-Aktion, ich glaube, 10 Tonnen Sand verteilt an die Leute. Die sind jetzt draußen, fangen schon an mit Biken. Also wir hoffen, dass wir diesmal glimpflich davon kommen oder dass es erst gerne rauskommt.